Hallo ihr Lieben, hier ist Sandra. Ich begrüße euch zum große Fröhlich 1 Minuten Tipp des Tages zum Thema Fett in Trockenmasse. Was bedeutet Fett in Trockenmasse? In der Regel findet ihr die Angabe, wenn ihr Käse kauft. Da steht zum Beispiel dann drauf 45% Fett in Trockenmasse. Diese Trockenmasse wird in der Regel beim Hersteller gemessen und in der Regel ohne die Feuchtigkeit. Das heißt, wir haben eine Angabe im Käse, die nur beim Hersteller vorhanden ist, aber nicht, wenn ihr den Käse bei euch aufs Brot legt. Bei dem Käse, den ihr aufs Brot legt, ist ja in der Regel Feuchtigkeit enthalten. Das nennt sich dann der absolute Fettgehalt. Wenn ihr die Fett in Trockenmasse durch 2 teilt, also 45 geteilt durch 2 sind 22,5, bedeutet es, dass 45% Fett in Trockenmasse in Wirklichkeit 22,5% Fett auf Brot sind. Also alles halb so wild. Viel Spaß!